So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Kolonisten-Video. Im ersten Video habe ich euch schon mal einen Spielaufbau gezeigt, sprich, wie wird hier die Spielfläche gestaltet, was ist das alles, was es hier so gibt, und schon mal so eine generelle Einführung geben. In diesem Video jetzt werde ich direkt die erste Epoche losspielen, auch wirklich direkt zeigen, wie man das spielt, worüber man sich so Gedanken macht, dass ihr wirklich einen Eindruck vom Spielauflauf bekommt, ob das was für euch ist oder nicht. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass man in Epoche 1 einen ganz guten Eindruck davon bekommt, wie das auch so läuft, dann denkt man auch, oh, es ist ja alles ganz rund. Ich kann euch aber raten, guckt euch auch noch Epoche 2 und im Idealfall noch Epoche 3 an. Ich hoffe, ich schaffe die heute alle, weil dann bekommt ihr auch einen Eindruck davon, wie komplex das am Ende wird und dass das am Anfang noch relativ smooth aussieht, sich zum Ende hin aber auch durchaus ein bisschen Richtung richtig, ja, je nach Spielertyp würde ich mal sagen, auch harte Arbeit entwickeln kann. Oder guckt euch einfach dann das Fazit-Video an, das es auch noch geben wird. Und ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Am Anfang haben wir ja schon mal sechs Werkzeuge. Ich habe mir halt zwei Holz in einem Leben genommen. Ich hätte das in jeher beliebigen Konstellation nehmen können, auch drei Holz oder drei Leben oder mit zwei Leben und einem Holz. Und ich habe auch schon gleich eine Nahrung, habe diesen Spielplan aufgebaut. Wie man das macht, wie gesagt, seht ihr im anderen Video. Und jetzt fangen wir an, spielen das Jahr 1, das erste Halbjahr. Da hat man immer drei Aktionen. Da ich jetzt Solo spiele, mache ich das einfach alles hintereinander weg. Aber im Normalfall würde ich jetzt drei Aktionen mit meinem Verwalter durchführen. Dann meine Mitspieler jeweils ihre drei Aktionen nacheinander machen. Und dann wären wir wieder im Sommerhalbjahr. Dann wäre ich wieder dran, würde meine drei Aktionen durchführen und so weiter. So, das heißt, am Anfang stehe ich auf dem Markt und ich habe quasi drei Bewegungen und nach jeder Bewegung führe ich die Aktion des Ortes durch, auf dem ich dann stehe. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hier hingehen, würde zwei Holz ansammeln, würde hier hingehen, würde dann drei Holz und zwei Werkzeuge zu einer Försterei machen und könnte hier hingehen und würde mir zwei Werkzeuge nehmen und eine Karte ziehen. Das gucken wir uns gleich nochmal näher an. Wichtig ist aber immer, dass ich das auch durchführen kann, was ich da machen möchte. Also ich darf nie auf einen Ort gehen, zum Beispiel hier unten auf den Diplomaten. Da könnte ich halt so eine Botschaft bauen. Und für jede Botschaft sind die Kosten auf Stufe 1 gleich, sprich ein Werkzeug, drei Holz, zwei Lehm. Und ich habe sowohl ein Holz als auch ein Lehm zu wenig. Deswegen kann ich diese Aktion nicht durchführen. Deswegen darf ich da nicht hingehen. Das kann ich hier knicken. Und ich habe halt Reichweite 1. Das heißt, ich könnte nicht einfach hier hingehen, sondern ich muss halt auf einen Ort gehen und von da aus dem Feld weitergehen. Ausnahme sind Märkte. Das hier sind Märkte. Das zählt auch wie ein Feld. Ich kann also, egal ob ich hier oder hier stehe, das zählt einfach, dass ich auf diesem einen Feld stehe, kann ich halt zu jedem benachbarten Ort gehen. Und egal, wo ich bin, selbst wenn ich hier hinten bin, kann ich immer jederzeit auf den Markt meiner Wahl springen. Also ich kann auch hier hingehen. Später im Spiel können noch mehr Märkte reinkommen. Ich kann auch von Markt zu Markt zu Markt springen, wenn ich das möchte. Märkte sind immer die zentrale Anlaufstelle. Deswegen sollte man beim Aufbau des Spielplans oft darauf achten, dass man irgendwie so vom Markt ganz gut wegkommt oder über den Markt ganz gut zu den Aktionsmöglichkeiten hinkommt. Das werden wir gleich beim Nachdenken und Grübeln auch nochmal sehen, dass einen das vor echte Probleme stellen kann. Und man auch feststellt, oh, da habe ich ganz schön Mist zusammengebaut. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, natürlich die Frage, was will ich überhaupt machen und worum geht es jetzt überhaupt? Ich habe jetzt natürlich aktuell nur zwei Arbeiter. Ich möchte in späteren Wochen natürlich irgendwie coole Sachen machen können. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel einen Hof bauen. Dann kriege ich hier noch so ein weiteres Plättchen dazu. Ich habe einfach noch einen Arbeiter. Das ist auch noch letztlich ein Siegpunkt. Und ich habe eben mehr Arbeiter. Solche Gebäude kann man später aufwerten. Gerade hier Höfe. Da habe ich da einfach mehr Möglichkeiten. Dann könnte ich hier zum Beispiel eine Försterei bauen. Das ist so ein Plättchen, das ich hier auch auf meine Auslage lege. Da müsste ich dann so einen Bauern draufstellen. Und dann würde das einfach immer zwei Holz produzieren. Normalerweise muss ich ja, wenn ich Holz möchte, immer auf so ein Uferwäldchen gehen, was gut sein kann oder nicht. Aber wenn ich die Aktion dafür nicht aufwenden möchte, sondern einfach immer so eine Holzproduktion haben möchte von zwei, würde es halt Sinn machen, so eine Förster reizubauen. Alternativ gibt es hier zum Beispiel noch den Lagerschuppen. Ich habe ja aktuell hier oben nur drei Lagerplätze plus einen im Speichern. Vielleicht möchte ich einfach mal mehr Waren haben. Dann könnte ich da einen Lagerschuppen bauen und habe einfach mehr Plätze, wo ich Waren lagern kann. Dann gibt es hier zum Beispiel noch die Jagdhütte. Da kann ich immer Nahrung herstellen. Und später gibt es höherwertige Gebäude, wo ich hier so einen, ich weiß gar nicht, was das ist, einen Bürger reinstellen muss. Also ein gelbes Männchen. Und die gelben Männchen, die müssen immer mit Nahrung versorgt werden. Sowohl in dem Moment, wo ich sie auf ein Gebäude stelle, als auch in dem Moment, wo das Jahr zu Ende ist. Also fünfmal quasi pro Epoche. Und dann ist es eben immer schon mal ganz gut, wenn ich mit so einer Jagdhütte einfach immer eine Nahrung am Jahresende produziere, dass die dann auch in der nächsten Runde futtern können. Und hier unten so eine Bibliothek, die habe ich bisher nur sehr selten benutzt. Vielleicht ist die eigentlich viel besser, als ich denke. Wenn man Karten zieht, was man, zeige ich euch gleich, auf jeden Fall zieht man dann einfach mehr Karten und wirft dann zwei wieder ab. Also normal zieht man zwei, dann zieht man vier und wirft zwei wieder ab. Hat also mehr Auswahl, kann sich also die passende Karte aussuchen. So, und die anderen Felder sind, glaube ich, dann relativ leicht zu verstehen. Hier bekommt man einfach die beiden Ressourcen. Hier spielt man halt eine Karte aus, die man eben gezogen hat vorher auf dem... So, jetzt muss man ja beim Erklären, wie ich gerade gemerkt habe, aufgefallen, dass noch ein Ort gefehlt hat. Den habe ich jetzt noch mal nachträglich in das Spielaufbau-Video eingefügt. Und zwar ist hier der Ort Bibliothek. Da zieht man einfach eine Münze, also ein Geld und zieht eben zwei Karten. Wenn man vorher so eine Bibliothek gebaut hat, zieht man da eben vier Karten und wählt zwei davon. Und die Karten können schon ganz mächtig sein. Deswegen ist es auf jeden Fall ganz cool, da Auswahl zu haben. Und dementsprechend, wenn ich auf den Entwickler gehe, dann nehme ich mir auf jeden Fall zwei Werkzeuge und muss dann eine Karte aufspielen. Das heißt, ich kann da nicht einfach so hingehen, ohne eine Karte zu haben. Oder eine Karte, die ich auf der Hand habe, die vielleicht auch Kosten hat, die ich dann nicht aufspielen kann. Dann darf ich da nicht hingehen. Ich muss dann wirklich eine Karte aufspielen, und wenn ich das nicht kann oder nicht will, kann ich da nicht hingehen. So, ich habe jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, was ich machen könnte. Als erstes möchte ich vielleicht einfach mehr Lagerkapazitäten haben. Also kann ich hier gehen, Baumeister für Lagerschuppen, und kann diese Aktions bis zu dreimal ausführen. Da ich aktuell nur zwei Holz habe, kann ich das nur einmal machen. Sprich, ich gebe meine zwei Holz und ein Werkzeug aus. Also bekomme ich zwei wieder zurück. Und dann baue ich einen Lagerschuppen, den hier hinsetze. Der ist jetzt noch nicht aktiv, erst wenn da ein Arbeiter draufsteht. Also jetzt muss es auch ein grüner sein, deswegen ist hier so ein Bauer abgebildet. Also stelle ich den da drauf. Und jetzt kann ich halt fünf Waren einlagen. Ich hätte natürlich gerne mehr davon gebaut, aber da ich gerade nicht mehr Holz habe, kann ich das nicht machen. Aber das war jetzt immer meine erste Aktion. So, mit der zweiten Aktion könnte ich jetzt zum Beispiel einfach hier rüber gehen, zum Ufernwäldchen, und würde mir dann zwei Holz aus der Auslage nehmen, beziehungsweise aus dem Vorrat, und würde die jetzt hier erstmal einlagern. Das mache ich nur einmal, weil einmal ist hier plus zwei Holz. Und jetzt ist eben die große Frage, was mache ich noch? Ich könnte zur Jagdhütte gehen, das Leben habe ich, aber ich weiß nicht, also irgendwann will ich eine Jagdhütte mal haben. Ich könnte die natürlich jetzt gleich bauen, oder später, ich könnte das gleich veredeln, wenn ich vorab zum Bibliothekar zu gehen. Vielleicht möchte ich das ja machen, dann hätte ich auch gerne mehr Holz. Ja, nochmal zum Lagerschuppen gehen, könnte ich auch, dann könnte ich gleich sofort noch einen bauen. Und das würde rein technisch gesehen auch gehen. Also würde ich da jetzt hingehen, weil ich darf immer, eine Regel ist, man darf nie am Ende wieder auf dem Feld stehen, wo man am Anfang steht, damit man Feld auch einfach nicht dauerhaft blockieren kann. Aber da ich ja hier gestartet habe, und da ist das okay, mag, kann man ruhig wieder hingehen. Dann habe ich jetzt quasi eine Aktion, zwei Aktionen, drei Aktionen gemacht, und gehe dann jetzt wieder zum Baumeister, gebe nochmal ein Werkzeug und zwei Holz aus, und tue das in den Vorrat zurück, und nehme mir einfach nochmal so einen Lagerschuppen. Und ja, wenn ich da jetzt Arbeiter gleich drauf stelle, vielleicht ist das doch gar nicht so gut gewesen. Ja, jetzt kommen wir schon wieder ins Grübeln, macht das Sinn oder nicht, weil wenn ich da jetzt ein Arbeiter drauf stelle, und ich baue dann irgendwie noch ein anderes Gebäude, Produktionsgebäude, dann habe ich da keine Arbeit dafür, dann kann ich das nicht benutzen. Das heißt, ich muss dann vielleicht gleich erstmal zusehen, dass ich hier oben noch so einen Hof bauen kann. Aber das waren jetzt meine drei Aktionen. Das heißt, der Marker wandert jetzt wieder rüber, jetzt sind wir im Winterhalbjahr. Normal wären jetzt erst alle anderen Spieler der Reihe nach dran gewesen. Also führe ich jetzt wieder meine Aktionen durch, habe wieder drei Stück, und ich könnte jetzt versuchen, ja, einfach nochmal neue Arbeiter zu bauen. Also gehe ich hier hin, bekomme wieder zwei Holz, lege die in mein Lager, gehe dann mit der zweiten Aktion hier oben hin zum Baumeister, gebe dann nochmal ein Werkzeug und ein Holz aus. Das mache ich sogar zweimal. Also gebe ich zwei Werkzeuge und zwei Holz aus. So, und dann lege ich zwei weitere Höfe in meine Auslage. Da kommt jetzt auch sofort ein Bauer drauf. Und, ja, jetzt habe ich schon mal ein bisschen mehr Arbeiter. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Man kann zwar die Höfe später auch zu Gutshöfen ausbauen, dann kriegt man einfach noch zwei Bauern dazu. Das ist also ganz gut, weil der Platz hier ist auch begrenzt. Später muss man überbauen, dann kostet es zwei Werkzeuge mehr. Das kann kritisch werden am Ende. Aber es ist auch gleichzeitig eben noch ein Siegpunkt. Und ich weiß nicht, wann dieses Überbauen-Plättchen überhaupt ins Spiel kommt. Vielleicht kommt das so spät ins Spiel, also in der ersten Epoche, dass es für mich zu spät ist. Deswegen mache ich das lieber so und hoffe mal, dass das toll ist. Habe jetzt zwei Aktionen verbraucht, also habe ich noch eine Aktion über. Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre werden relativ langweilig werden, weil ich werde jetzt wieder zum Uferwäldchen gehen, mir wieder zwei Holz nehmen und das war meine dritte Aktion. Damit ist das erste Jahr schon rum und ich habe eigentlich gefühlt noch gar nicht so viel gemacht. Das heißt, wenn es einen Startspielerwechsel gegeben hat, dann wird jetzt ein anderer Startspieler und darf jetzt alle Aktionen als erster machen. Das empfällt natürlich im Ein-Personen-Spiel. Also wenn ich derjenige, der hier die Orte anlegt, also ich könnte jetzt hier diesen Lehmstich irgendwo hinlegen, zum Beispiel direkt an den Markt, was vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee ist, dann kann ich den zum Beispiel hier anlegen, weil auch da muss der wieder an zwei Sachen angrenzen. Das habe ich, glaube ich, bisher auch mal falsch gespielt. Das ist ihm heute erst wieder bewusst geworden. Man darf den also nicht so anlegen. Der muss schon an zwei andere Sachen grenzen. Man kann dabei übrigens auch Löcher bauen, wenn sich das irgendwie ergibt. Löcher können hinterher auch gestoppt werden. Das ist nicht schlimm. Es muss halt nur mal zwei angrenzen. So, dann habe ich hier jetzt die Mulde. Die Mulde kann ich im Prinzip direkt dahinter bauen. Da kann ich... Seht ihr, da kommt es wieder zum Tragen. Ähm, die baue ich mal... Boah, dann baue ich die wahrscheinlich hier hin. Und da ich ja schon Schreiner direkt neben einem Markt und auch neben einem Holzplättchen habe, finde ich den hier gar nicht mehr so wichtig. Wahrscheinlich werde ich mich da später drüber ärgern, dass ich den nicht irgendwo cleverer hingelegt habe. Aber ich könnte den ja trotzdem hier direkt ins Ufernplättchen, dann könnte ich halt heute, das ich bekommen habe, gleich verarbeiten. Oder irgendwo, also hier, wenn ich denke, ich brauche das nie, da oben hinlegen. Oder vielleicht auch irgendwo an den Markt angrenzend. Da muss man sich jetzt wirklich überlegen. Und da bekommt man halt auch wirklich erst durch mehrere Partien. Also das ist jetzt, würde ich mal sagen, meine fünfte, sechste, siebte Partie. So irgendwas nur in den Drehraum. Also von der ersten Epoche habe ich schon einen relativ guten Eindruck. Trotzdem versucht man irgendwie doch immer mal wieder was anderes. Und das klappt das mal oder nicht. Und ja, da bin ich auch noch immer in der Erfindungsphase. Da werdet ihr wahrscheinlich lange Zeit ausprobieren. Ich denke jetzt aber mal, dass ich diesen Schreiner nicht zwingend brauche. Hier ist das einzige Gebäude, wo ich so vereletes Holz brauche. Das kann ich gleich hier vorne veredeln. Also ich lege den einfach mal hier hinten hin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ganz gut. Wobei ich auch jetzt schon daran denken muss, in der nächsten Epoche darf ich auch wieder einen Markt anlegen. Und der Markt muss dann auch wieder mindestens zwei Felder entfernt sein. Also irgendwann sollte ich ja auch nochmal Sachen hinbauen, die irgendwie sinnvoll sind. Dann decke ich gleich wieder die nächsten drei auf, damit ich sehe, was in der nächsten Runde ins Spiel kommt. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel so eine Manufaktur. Eine Manufaktur, also die ist relativ teuer, wo ich zwei Holz, drei Lehm und drei Werkzeuge für. Und dann sorgt die dafür, wenn ich da zum Beispiel einen Bauern drauf stelle, dann produziert jedes meiner Gebäude, die ich habe, wo ein Bauer draufsteht, eine Ware mehr. Stelle ich da einen gelben Arbeiter drauf, so einen Bürger, dann produziert jedes Gebäude, da gibt es am Anfang nicht so viele von, wo ein Bürger draufsteht, eine Ressource mehr. Und auch später die Kaufleute, die roten, kann ich da auch draufstellen, produziert jedes Gebäude mit einem Kaufmann, eine Ressource mehr. Aber finde ich jetzt am Anfang noch nicht ganz so wichtig, kann dann halt vielleicht später wichtig werden. Dann haben wir hier noch so einen Lehmstich wieder, wo man einfach zwei Lehm bekommt. Und hier, das ist relativ wichtig, auch gut, dass es so früh ins Spiel kommt, so ein Lehmbrenner. Da kann ich einfach ein Holz und zwei Lehm zu so einem Ziegel machen. Und die brauche ich halt bei ein paar Gebäuden, die jetzt auch noch nicht im Spiel sind. Deswegen ist die Reihenfolge jetzt echt ganz gut, weil dann werde ich die ganzen Gebäude auch dann theoretisch wirklich aktiv nutzen können. So, jetzt kommt die Phase, wo ich meine Kolonisten neu verteilen könnte. Es kann später halt sein, dass ich die versorgen muss, wenn ich hier so ein paar von den Gelben habe und für die nicht genug Nahrung habe. Dann muss ich die so lange wieder verteilen, was eben auch bedeuten kann, wieder zurück auf die Ursprungsgebäude stellen, bis ich alle versorgen kann. Und erst dann bin ich quasi fertig mit dieser Phase. Es kann auch eben sein, dass ich Produktionsgebäude habe, die dann irgendwie produzieren. Das wird dann gleich miteinander verrechnet. Aber wenn das dann irgendwie nicht geht oder auch wenn ich irgendwie den Arbeiter jetzt in der Runde hier eingesetzt habe und ich stelle irgendwie fest, ich habe hier gar keinen anderen Arbeiter mehr, das Lagerhaus brauche ich nicht, ich baue irgendwas anderes neu und da hätte ich viel lieber diesen Arbeiter drauf, weil ich brauche dann vielleicht auch den Lagerschuppen gar nicht mehr so sehr. Ich kann den da nicht einfach runternehmen und auf irgendein anderes Gebäude stellen. Das geht eben nur am Jahresende, im Winter, wenn die nach Hause kommen. Dann kann die halt ordentlich gekündigt werden und dann kann man sagen, Junge, ab nächstem Jahr arbeitest du in der Försterei und dann geht der da hin. Also Kolonisten neu verteilen, macht man wenn, dann jetzt. Dann kommt wie gesagt die Versorgungsphase, also wenn man die noch hingestellt hat, muss man die ja mit Essen versorgen. Bauern sind genügsam, die bauen ihr Zeug selbst an, die brauchen nichts. Die Bürger später, die können das eben nicht, hier die gelben Leute. Die müssen irgendwie Nahrung kriegen von irgendwem anders. Die sind halt nicht autark. Und dann kommt die Produktionsphase, sprich immer wenn ich irgendwie ein Gebäude oder vielleicht auch eine Karte hätte, wo so ein Symbol draufsteht, also so ein Pfeil drauf, das wird einfach produziert im Jahresende. Dann würde ich da jetzt zwei Holz drauflegen, habe ich aber noch nicht. Das wird sich hoffentlich gleich ändern. Also ist die Phase im Prinzip schon durch. Aber wie man sieht, jeder hat schon mal so eine Schmiede aufgedruckt, die kann man auch nicht überbauen. Das heißt, jeder bekommt immer drei Werkzeuge zu Jahresbeginn. Aber eben hatte ich sechs, jetzt habe ich nur noch fünf, hat allerdings zwei über. Also noch geht das von der Bilanz her aus, aber vielleicht habe ich einfach mal einen Werkzeugmangel. Da muss man eben auch drauf achten. So, den Markt habe ich jetzt gar nicht genutzt. Da kommt jetzt einfach die Karte hier weg und die nächste Karte wird umgedreht. Da kann man sich jetzt in der Amtszeit, also einen Startspieler holen. Das ist im Solospiel echt uninteressant. Man kann eben als Aktion, wenn man da drauf geht, sammeln und zwar ein Holz und ein Lehm. Das ist eigentlich auch ganz gut. Oder oben eben wieder Waren, die man irgendwie über hat vielleicht auch, oder die man schon produziert hat, zu Siegpunkten machen. Das ist im Mehrpersonenspiel eher wichtig. Sobald ich dieses Punktesystem, das braucht dieses Spiel nicht. Es geht einfach darum, dass man coole Produktionsketten baut, dass alles so funktioniert, wie man das möchte. Und wenn man dann natürlich am Ende auch die meisten Punkte hat, ist das okay. Aber mir geht es darum, in dem Spiel überhaupt nicht. So, dann wechseln wir hier in Jahr 2. Und dann geht es eben wieder los. Und ich mache einfach mal was, was ich sonst nie mache, weil ich jetzt mal ausprobieren möchte. Ich gehe mal zum Schreiner, mache jetzt zwei Holz zu einem Brett. Das lege ich dann hier ins Lager. Eigentlich wollte ich jetzt eine Försterei bauen, aber ich versuche das mal. Wahrscheinlich würde mir das im Endeffekt nichts bringen, aber gucken wir mal. Jetzt kommt auch schon der Punkt, wo ich feststelle, das war doof, weil jetzt habe ich gar kein Holz mehr, das ich brauche, wenn ich hier hingehe. Sie sind zu potenziell wieder rückgängig. Und zwar sage ich einfach mal, ich springe von da, wo ich angefangen habe, hier hin, bekomme da jetzt ein Holz und ein Lehm. Dann würde meine Auslage jetzt so aussehen, dass ich halt die zwei Holz noch habe, das zusätzliche Holz, das ich gerade bekommen habe, das zusätzliche Lehm und das Lehm, das ich noch von Anfang an habe. Dann gehe ich mit der zweiten Aktion zum Schreiner. Jetzt schmeiße ich halt zwei Holz aus dem Lager weg und nehme mir dafür das Brett von eben. Und dann gehe ich jetzt zum Baumeister, da brauche ich halt ein Werkzeug, ein Holz, ein Brett und dann kann ich eine Bibliothek bauen und wir sehen, ich habe ein Werkzeug, ein Holz und ein Brett. Also darf ich jetzt eine Bibliothek bauen. Die ist zum einen vier Punkte wert, die hat kein Level, sprich, die kann auch nicht hochgelevelt werden. Und da ist ein Einmal drauf, das heißt, ich darf nur eine Bibliothek überhaupt im Spiel jemals haben. Die lege ich jetzt auch irgendwo hin. Alles, was ich bisher gesehen habe, sagt, dass die Platzierung, wo man es hinlegt, eigentlich komplett egal ist. Deswegen lege ich es einfach der Reihe nach hin. Und die Bibliothek macht jetzt, wenn ich zum Bibliothekar gehe, bekomme ich halt ein Gate und nicht zwei Karten, sondern vier Karten, wo ich mir die beste aussuchen kann. So, das waren auch schon alle drei Aktionen. Also gehe ich jetzt ins Winterhalbjahr und jetzt kann ich eben wieder hier zum Markt springen, hole mir da eben ein Holz und ein Lehm, lege das dann auch wieder hier rein. Das ist übrigens auch wichtig. Waren kann ich jederzeit wegschmeißen. Das heißt, wenn ich Waren bekomme und ich möchte die gar nicht haben, muss ich die nicht einlagern. Oder wenn mein Lager voll ist, kann ich da eben auch Sachen rausschmeißen. Das funktioniert prinzipiell immer. So, dann gehe ich mit der zweiten Aktion jetzt zum Uferwäldchen, hole mir nochmal zwei Holz und ihr merkt schon, das macht ihr am Anfang ständig. Ihr geht irgendwo hin, holt euch Holz, macht ein Gebäude, baut das, geht irgendwo hin, holt euch wieder Holz und ein Lehm und das ist immer so kleinteilig, so kleinschrittig. Das führt am Ende aber dann schon zu engen Ergebnissen, aber es fühlt sich, finde ich, immer sehr klein an. So, mit der letzten Aktion gehe ich jetzt zum Bibliothekar, bekomme dafür ein Gate, das ist einfach ein Siegpunkt, sprich, das ist eigentlich komplett unbedeutend, außer ihr spielt das halt wirklich auf Solo, was ich euch eigentlich empfehlen würde, dann könnt ihr natürlich euren Punktestand aufschreiben und versuchen, den beim nächsten Mal zu schlagen. Das ist potenziell, bei den meisten Solospielen, wo man sagt, hier spielt das Solo, macht irgendwie Punkte, versucht euch zu schlagen, das ist, finde ich, nicht so wirklich berauschend und das ist keine große Motivation, bei dem Spiel hier schon. So, im Normalfall würde ich jetzt einfach zwei Karten ziehen und beide behalten, da ich ja die Bibliothek gebaut habe, ziehe ich jetzt sogar vier Karten und darf davon dann zwei behalten. Also gucken wir uns die mal an, wie wir sehen, wir haben überall keine Kosten, oben, das heißt, die kann ich potenziell einfach so ausspielen. Manchmal haben die auch hier in der Ecke Siegpunkte, hat auch keine von denen, das ist also ganz schön doof und vom Grundprinzip her habe ich hier halt Bauaufträge, drei Stück, das heißt, ich kann das ausspielen und kann so ein Lagerschuppen zweimal für ein Werkzeug und ein Holz bauen. Normalerweise würde mich das ja ein Werkzeug und zwei Holz kosten, genauso wie hier, da kann ich eine Försterei für zwei Werkzeuge und zwei Holz bauen. Normalerweise würde mich eine Försterei zwei Werkzeuge und drei Holz bauen, das kann ich zwar nur einmal machen, aber es ist günstiger, als wenn ich es so bauen würde. Hier kann ich halt auch einen Hof zweimal für nur ein Holz bauen, sprich ich muss da kein Werkzeug für ausgeben und das hier ist so eine Ressourcenkarte, die spiele ich aus und bekomme dann einfach zwei Bretter, was ganz gut ist, weil normalerweise brauche ich ja für drei Bretter vier Holz, die ich erst mal sammeln muss und muss zum Veredler gehen, sprich, indem ich zu diesem Ort gehe, spare ich mir im Prinzip drei andere Schritte. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie sich das Spiel entwickelt, eigentlich würde ich ja gerne die Höfe jetzt zu Gutshöfen bald upgraden, aber noch kann ich das nicht, wer weiß, wann ich das kann, deswegen wäre noch ein Gut oder zwei Gutshöfe für zwei Holz natürlich schon ganz verlockend. Bretter kann man eigentlich immer ganz gut brauchen, nur um die zu Punkten zu machen, das finde ich aber im Solospiel nicht so wirklich verlockend, wahrscheinlich werde ich mich hinterärgern, dass ich die Karte nicht genommen habe. So eine Lagerschuppen, so eine Försterei, Försterei finde ich auch wichtig, die billiger bauen zu können, ist schon mal nicht schlecht, also ich glaube, ich behalte einfach diese beiden Bauaufträge und schmeiße die anderen Karten einfach auf den Ablagestapel und habe die jetzt auf der Hand. Um die eben auszuspielen, muss ich hier hinten auf den Entwickler gehen. So, das waren schon wieder alle drei Aktionen, das heißt, ich bin schon wieder am Ende, ich bin immer noch Startspieler, also darf ich jetzt hier diese Dinge zuerst irgendwo verteilen und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass ich hier, ich möchte vielleicht einfach mal hier einen Lehmstich hinlegen, einfach damit ich da nachher einen Markt hinlegen kann, vielleicht möchte ich das dann auch hier machen, na, ich mache das mal hier, lege den da hin, die Lehmbrennerei möchte ich eigentlich direkt an so einen Lehmstich anlegen, sprich, lege ich mal, na, vielleicht lege ich es lieber hier hin und das ist eben auch so, dass das jetzt aufbaut, habt ihr für den Rest des Spiels, das heißt, ihr müsst da wirklich gut im Voraus planen und ahnen, was noch so kommen kann. Eine Manufaktur, weiß ich noch nicht, ob ich die bauen werde, falls doch, werde ich mir wahrscheinlich irgendwie ein Lehm unterwegs holen, die lege ich einfach mal hier so hin, beziehungsweise eben den Baumeister für Manufakturen, so, dass ihr immer ein bisschen näher ran suchen könnt, das heißt, hier ist jetzt der Lehmbrinne, dazu kommt, hier der Baumeister und hier der Lehmstich. So, versorgen muss ich immer noch keinen meiner Kolonisten, die ich habe, dann kommt die Produktionsphase, ich produziere nichts, das ist ganz schön traurig, außer drei Werkzeuge, also ich habe schon, wie gesagt, zwei Runden gespielt und eigentlich gefühlt noch fast gar nichts gemacht, aber das wird sich am Ende vielleicht hoffentlich alles ausgehen. Das heißt, jetzt kommen dann zu Jahresanfang wieder drei neue Plättchen ins Spiel. So, hier haben wir den Baumeister, mit dem ich halt Höfe zu Wohnungen ausbauen kann, das heißt, das ist ein Upgrade, dann kommen da eben diese Bürger rein, die gelben, die eben auch Nahrung brauchen, wenn man die irgendwo einsetzen möchte, die braucht man in Epoche 1 noch nicht, in Epoche 2 schon, sprich, hiermit baut ihr ein bisschen Form, hier seht ihr, da braucht ihr Bretter, schon der Ärger, dass ich diese Karte weggeschmissen habe. Wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, und sich das merkt, dann weiß man, das ist natürlich ein Welt, das vielleicht. Hier kann ich einen Hof, so einen Gutshof umbauen, sprich, da kann ich dann so einen Hof nehmen und den dann umdrehen. Der muss dazu noch nicht besetzt sein, das kann ich einfach so machen, dann bekomme ich dazu neue Bauern rein. Bei der Wohnung ist es so, die Wohnung muss besetzt sein, da muss der Arbeiter halt zu Hause sein, sprich, hier darf kein Produktionsgebäude stehen und dann kann ich das Upgrade nur durchführen, das heißt, das muss ich auch wieder planen. Und dann gibt es die Kneipe, einer der uninteressantesten Orte im Solospiel, da kann man halt die angehenden Ressourcen ausgeben, um eine Kneipe zu bauen und die produziert einfach, ich glaube auch ohne Arbeiter sogar, jede Runde ein Geld. Das ist natürlich im Mehrfassenspiel gut, weil das Lapp hat sich eben auch über 30 Runden, darüber allein 30 Punkte zu machen, aber, ja, ich finde das super, super uninteressant. Musste jetzt, soll Gott sagen, mal nicht anlegen. Marktkarte weg, es wird eine neue aufgedeckt, sprich, wenn ihr mal irgendwann durcheinander kommt, in welcher Runde seid ihr gerade, guckt ihr einfach, wie viele Karten habt ihr noch, es liegen insgesamt drei im Stapel, also sind wir jetzt in Runde drei, jetzt bekommt man immer auf den Markt zwei Holz, das ist natürlich echt ganz gut, wobei ich das mit dem Holz daneben platziere, das war schon echt ganz gut, das hat sich halt so ergeben, das kann man auch nicht immer so hinlegen, wie man das gerne hätte, also gefühlt passt das bei mir gerade ganz optimal, hätte ich jetzt noch einen Plan, was ich tun würde, wäre das noch besser, wenn wir da richtig viele Punkte rausholen können, so und jetzt möchte ich gerne Förster reinhaben, ich habe drei, so und jetzt möchte ich gerne Förster reinhaben, ich habe insgesamt drei Holz gerade, das heißt, ich möchte jetzt richtig viel Holz sammeln, dann muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das am geschicktesten mache, und zwar könnte ich mir überlegen, ich könnte hier zum Markt springen, da kann man ja jetzt Zeit hingehen, kriege ich da zwei Holz, die könnte ich noch einlagern, dafür müsste ich zwar das Asylen wegschmeißen, aber es würde mich nicht so stören gerade, dann könnte ich wieder hier hinspringen, noch zwei davon bekommen, dann hier hingehen, dann da hingehen, ich mache das einfach mal, wie ich denke, mal gucken, was dabei rauskommt, wie gesagt, man kann das alles zu Tode grübeln, oder auch einfach machen, ausklären, wahrscheinlich ärgt man sich hinterher, ich springe jetzt erstmal zu dem Markt, wie gesagt, man kann jederzeit zu jedem Markt im Spiel springen, und bekomme da zwei Holz, da mein Lager schon relativ voll ist, ich habe hier noch einen freien Platz, kann ich jetzt erstmal sagen, ich schmeiße Nahrung raus, und lege das in den Speicher, kann ich sagen, ich schmeiße die Nahrung raus, und lege das in den Speicher, so mit der zweiten Aktion, kann ich jetzt zu dem Markt springen, kann mir halt mit der Marktaktion hier, zwei Holz holen, dafür muss ich dann wieder zwei Lehm rausschmeißen, mein Lager ist wieder relativ voll, da soll ich einfach goodbye Lehm, und tue da die beiden Sachen rein, dann mit der dritten Aktion, gehe ich hier hin, bekomme da zwei Werkzeuge, habe dann jetzt wieder neun, kann er jetzt diesen Bauauftrag hier aufschmieren, wo ich einfach zwei Werkzeuge bezahlen muss, und zwei Holz, und dann kann ich schon eine Försterei bauen, und die irgendwie auf meinen Spielplan legen, zum Beispiel hier, und kann da jetzt auch sofort einen Arbeiter drauf, und dann kommt die Karte weg, die bringt eh keine Punkte, deswegen ist das egal, das waren aber schon wieder drei Aktionen, das ist oftmals so, dass man wirklich nur zack, Markt, Markt, eine Aktion machen, das ist wie gesagt wenig, aber das summiert sich dann am Ende ganz schön, das heißt, wir gehen jetzt ins nächste Halbjahr, und jetzt kann ich eben mit der ersten Aktion wieder hier hingehen, bekomme dann wieder zwei Holz, die ich in mein Lager tun kann, jetzt sind meine Lager wieder prall gefüllt, dann kann ich jetzt hier zum Baumeister gehen, und kann jetzt vier Werkzeuge und sechs Holz ausgeben, um zwei Förster reinzubauen, das kann ich auch sogar tun, ich habe hier ja Werkzeuge, gebe ich die aus, dann gebe ich die drei Holz hier aus, und meinetwegen die drei Holz, aus dem Speicher hier dürfte ich die Ware nicht verwenden, die hätte ich vorher irgendwie zum Beispiel hier tauschen müssen, und hätte das Leben da irgendwie einlagern können im Speicher, aber da steht man immer für die Aktion nicht zur Verfügung, also das wird dann später noch im Harten limitieren, dann habe ich jetzt zwei Förster rein, die ich legen kann, ich lege die einfach hier hin, kann jetzt aber aktuell nur einen davon besetzen, selbst wenn ich halt sagen würde, das brauche ich jetzt eh nicht mehr hier, dürfte ich erst am Jahresende den da einlagern. Also jetzt seht ihr schon mein Problem, ich habe jetzt deutlich mehr Gebäude, als ich Arbeiter habe, und jetzt könnte ich natürlich noch weitere Höfe bauen, zumal ich ja auch sehr günstig einen Hof bauen kann, das kann ich auch einfach machen. Ich gehe mit der zweiten Aktion hier hin, bekomme dafür nochmal wieder zwei Werkzeuge zurück, und dann spiele ich diese Karte hier, baue einen Hof mit einem Holz, das heißt ich gebe einfach nur ein Holz aus, das ich hier habe, lege mir noch so einen Hof dahin, habe jetzt einen Arbeiter, also einen Bauern, so die Regel ist nicht so wirklich eindeutig, ob ich den jetzt sofort da hinstellen kann oder nicht, ich glaube, hundenzähl könnte ich, aber dann wäre der da auch gebunden. Vielleicht mache ich ja, bevor das Jahr zu Ende ist, noch irgendwelche anderen Sachen, wobei das Jahr ist in einer Aktion zu Ende, und dann könnte ich ein E da draufstellen, bevor produziert wird, das heißt, das ist eigentlich auch egal. Aber jetzt kann ich ja schon mal versuchen, so ein bisschen den Voraus zu planen, falls das überhaupt irgendwie geht, und vielleicht möchte ich ja einfach noch mehr Arbeiter haben, und nächste Runde kommt ja so ein Gutshof ins Spiel. Sprich, dafür brauche ich wieder Holz, weil Holz produziere ich ja, aber ich brauche auch Lehm, um Lehm zu ziegeln zu machen, aber natürlich auch noch mehr Holz, weil ich brauche ja für die Ziegelproduktion, brauche ich auch wieder Holz, das dabei drauf geht. Also das ist jetzt die Frage, was mache ich? Und ich würde sagen, mit meiner letzten Aktion springe ich einfach mal zu diesem Markt, und sack da gleich mal wieder zwei Holz ein. So, und dann ist auch dieses Jahr schon wieder zu Ende. Ich möchte ja gerne so einen Gutshof irgendwie bauen, und zwar wahrscheinlich mit den Ziegeln, die ich hier bekommen habe. Also lege ich den mal so an. Die Wohnung möchte ich mit Brettern bauen. Jetzt ist natürlich eigentlich, dass ich, das ist übrigens für die Kamera ganz schlecht, dass diese Teile so klein sind. Gerade wenn man eigentlich den Spielplan zeigen würde, und die Teile, dann seht ihr gleich, was hier auf dem Spielplan passiert. Aber jetzt habe ich halt noch so einen Baumeister, wo ich halt einen Hof zu einer Wohnung machen kann. Das ist schon ganz gut, weil die Game-Arbeiter werde ich wahrscheinlich irgendwie später brauchen. Und dann soll ich auch zugehen, dass ich eine Jagdhütte bekomme, und dafür brauche ich aber Bretter. Und Bretter kriege ich jetzt hier nur beim Schreiner, der in der Mitte ist. Das ist schon mal wieder doof. Also lege ich den, glaube ich, auch mal in andere Schreiners hier rum. Das ist auch am Arsch der Welt. Man will eigentlich immer alles möglichst irgendwie an Märkten dran haben. Also lege ich das jetzt auch mal an den Markt dran. Dann habe ich noch eine Kneipe. Eine Kneipe bringt ja einfach Siegpunkte. Kneipe finde ich super uninteressant. Will ich nicht, kann ich nicht, brauche ich nicht. Lege ich mal irgendwie hier oben hin. Das wird so die Ecke der ausgestoßenen Aktion. Wahrscheinlich merke ich da später, oh, die brauche ich doch für irgendwelche Dinge. Dann ist es doof, dass man da nicht hinkommt. Weil wie gesagt, man kann, ich habe jetzt schon ganz gut gebaut, aber man kann auch Pech haben, dass man die Sachen so irgendwie anlegen muss, dass man irgendwie nur Produktionsgebäude hat. Und man muss eben halt, wenn hier jetzt kein Markt wäre, und ich möchte da hin, dann muss ich, wenn ich hier, also ich muss entweder hier hingehen und das machen können, um da hinzukommen. Das heißt, ich muss die Ressourcen erstmal zusammenpuzzeln. Und ich muss hier rüber gehen, hier rüber gehen, hier rüber gehen. Braucht da aber auch erstmal das Holz, was ich hier hinterher wieder... Das ist halt so, kann teilweise echt ganz schön doof sein von der Auslage. Gerade wenn ihr vielleicht zu zweit spielt, eigentlich jemand baut die Sachen irgendwie total unlogisch dahin und ihr müsst euch dann damit abmühen. Und dann wird das echt kompliziert. Jetzt, also jetzt, ich habe, wie gesagt, auch schon so ein bisschen ein Gefühl für das Spiel. Das heißt, ich habe da schon versucht, so ein bisschen so hinzulegen, dass es irgendwie halbwegs Sinn macht. Wobei Probe ist wahrscheinlich zu sagen, Gott, was hast du da gemacht? Aber ich komme zumindest überall irgendwie ganz gut hin. Denn diese Restriktion, dass man die Funktion, also dass man das Gebäude komplett aktivieren und die Aktion da abhandeln muss, das kann einen echt nerven. So, dann kann ich jetzt meine Kolonisten neu verteilen. Das heißt, den hier stelle ich auf die Försterei. Versorgen muss ich keinen, weil ich immer noch keinen gelben oder roten habe. Das heißt, jetzt kommt die Produktionsvase und jetzt produziert einfach jede Försterei, die ich habe, zwei Holz, die dann da drauf sind. Ich kann die zum Bauen, also wenn ich die irgendwie benutzen möchte, um irgendwelche Kosten damit zu bezahlen, nicht direkt aus der Försterei bezahlen. Ich muss die erst da einlagern. Das heißt, aktuell, wenn ich irgendeine Aktion hätte, wo ich mein gesamtes Holz gebrauchen würde, würde das gar nicht gehen, weil ich habe nur zwei, vier, fünf freie Lagerplätze. Das heißt, vor der Aktion könnte ich halt fünf Holz da einlagern. Dann hätte ich sieben. Und wenn ich irgendwie acht oder neun Holz oder wenn ich acht Holz brauchen würde, dann könnte ich das nicht durchführen, weil ich kann das nicht während der Aktion rüberschieben. Das kann ich jederzeit machen, nur nicht während ich eine Aktion durchführe. Das heißt, da muss man schon wirklich sehen, dass man da hinkommt und genug Platz hat. Aber ich sage mal so, man kann schlechter eine Runde gehen als damit. Das ist auch die Frage, ob das nicht vielleicht zu viel ist. Also zwei Förstereien sind auf jeden Fall gut. Ob man wirklich drei braucht, sei mal dahingestellt. Und was man gerne am Anfang vergisst, was ich ständig vergesse, ist, dass die Schmiede auch nochmal drei Werkzeuge produziert. Dann decken wir die letzten drei Orte auf. Also zu Beginn der fünften Runde wird nichts mehr aufgedeckt. Das heißt, wir haben jetzt einen Bäcker im Spiel. Da können wir auch wieder Nahrung, die wir überhaben, zu Geld machen. Oder wir können uns einfach zwei Nahrung holen und dann nochmal Wäldchen, Wäldchen, wo wir einfach nochmal Ressourcen bekommen. Schmeißen wir die Karte hier weg, decken die nächste auf und wir sehen, wir spielen noch diese und eine weitere Runde. Wir sind hier in Runde vier. Alles richtig gemacht. So und jetzt werfe ich meinen Plan mit der Manufaktur über den Haufen. Jetzt will ich Kolonien, ich weiß noch nicht wirklich welche, aber wie man sieht, ich brauche immer ein Werkzeug, drei Holz und zwei Lehm dafür und die sind schon stark und sollte eigentlich immer Kolonien bauen. Holz habe ich ja en masse, damit könnte ich auch zwei Kolonien auf einmal bauen, wenn ich den Lagerplatz dafür hätte. Also brauche ich erstmal Lehm und da können die Runde jetzt auch kurz werden. Ich gehe hier hin, hole mir zwei Lehm, dann könnte ich hier rüberspringen. Habe ich jetzt nicht durchgerechnet, aber ich bin einfach mal opportunistisch und nutze diese Aktion hier einmal für ein Werkzeug und ein Holz, einen Hofbaum, lege den dann auch noch mal hier hin, bekomme da jetzt auch wieder einen Arbeiter für. Mit der letzten Aktion gehe ich jetzt hier drauf. Ich habe ja insgesamt drei, also ich habe hier auch noch einen Lehm im Speicher gehabt, der lag hier unten drin, den könnte ich während der Aktion nicht benutzen und da ich jetzt freien Platz habe, kann ich den dann noch reintun. Das heißt, ich muss jetzt ja, ja und ich habe, ne, ich habe jetzt auch zu wenig Holz, ich brauche drei Holz, aber ich habe hier noch zwei freie Plätze. Also das wäre jetzt so meine Verteilung vor der Aktion. Ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, wenn ich den Lehm nicht brauche, ich schiebe den Lehm in die Försterei oder irgendwie Holz schiebe ich dann wieder zurück. Einmal raus, dann weg. Und wenn zum Ende des Jahres hier noch Ressourcen drin liegen, dann produzieren die auch nicht noch mehr. Die können maximal so viel, also das müsste ich halt vorher noch irgendwo anders hin verschieben. Das geht meistens, aber vielleicht ist auch das Lager voll, das ist voll, dann kann ich nicht noch mehr produzieren. Also gebe ich jetzt drei Holz und zwei Lehm ab und eben ein Werkzeug. Ich stelle übrigens gerade beim Blättern in der Anleitung fest, dass ich Blödsinn erzählt habe. Sachen, die im Speicher liegen, darf ich auch für eine Aktion ausgeben. Also nur Sachen, die hier wirklich auf Zwischenspeichern liegen, also im Produktionsgebäude, die darf ich nicht benutzen. Aber alles, was im Lager und im Speicher liegt, darf ich benutzen für Aktionen. So, jetzt baue ich diese Kolonie, und zwar die Kolonie der Altruisten, nämlich die Botschaft. Und ich bekomme Almosen zu Beginn jeden Jahres zwei Holz oder eine Lehm. Das kann ich mir mal aussuchen. Und gleichzeitig noch einen Lagerplatz. Und das Ding ist am Ende zwei Punkte wert. Das heißt, ich nehme erstmal die Kolonie. Am Ende wird der Platz hier auch schon eng. Lege die da hin. Wie man hier unten sieht, braucht man da keinen Bauern für, der das Ding irgendwie bedient, also da drin wohnt, das geht. Und dann bekomme ich auch einen Speicher. Das heißt, ich nehme das Ding hier raus und lege da jetzt so eine einer Speicherweitung rein. Das sieht natürlich nicht ganz so hübsch aus. Also lege ich da noch sowas zu. Passt jetzt natürlich nicht mehr so wirklich vom Artwork hier. Aber das ist nicht so dramatisch. So, wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich jetzt noch eine Aktion übrig. Ja, weil das irgendwie doch so ganz cool war und ich ja immer in richtig viel in so eine Bibliothek investiert habe, gehe ich jetzt zum Bibliothek ab, bekomme wieder eine Münze. Hab dann schon zwei Siebenpunkte in Form von Münzen. Richtig cool. Und ziehe dann wieder vier Karten hier vom Stapeln. Und guck mal, was ich jetzt da habe. Und wie man schon mal sieht, ich habe echt gut gemischt. Hier ist nichts, was irgendwie Ressourcen kostet, wieder nur ein Bauauftrag. Hier kann ich halt einen Hof zum Gutshof umbauen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Holz billiger als normal. Ein Lehmofen. Da kann ich ein Holz und ein Lehm gegen ein Ziegel umwandeln. Und zwar genau zweimal. Das ist auch gar nicht so schlecht. Hier bekomme ich einfach drei Lehm. Und hier in der Ruine finde ich einfach einen Ziegel. Und ich glaube, ich nehme einfach mal die beiden hier. Dann habe ich nämlich die Ressourcen dafür vom Grundprinzip her schon alle zusammen. Aber das war auch die letzte Aktion. Das heißt, jetzt sind wir im Winterhalbjahr. Ich habe wieder drei Aktionen zur Verfügung. Und jetzt könnte ich natürlich überlegen, das auch gleich zu machen. Einen Ziegel habe ich ja nicht. Wenn ich jetzt einen Ziegel wollen würde, müsste ich erstmal auf den Markt springen, da die Aktionen durchführen, hier immer die zwei Lehm sammeln, dann da hingehen, dann hätte ich ein Ziegel. Ja, aber das würde nämlich drei Aktionen kosten. So, jetzt muss ich hier zum Markt hingehen und da hingehen. Das kostet mich quasi eine Runde weniger, bringt mir zwei Werkzeuge und macht das Ganze noch einen billiger. Ich glaube fast, ich gehe als erste Aktion hier zum Lehmstich, hol mir da mal zwei Lehm, die ich zum Beispiel gleich in meinen großen Speicher packen kann. Jetzt habe ich ein bisschen zu wenig Lehm. Wie schade. Als zweite Aktion springe ich hier hin, hole mir ein Holz und eine Nahrung. Mit dieser Marktaktion einfach. Das kann ich auch so problemlos einlagern. Und mit der dritten Aktion, wenn ich mich nicht vergriffen habe, habe ich sogar genug Lehm. Ich habe hier jetzt drei Lehm. Also gehe ich jetzt mal hier zum Baumeister und baue so eine Mulde. Das kostet mich zwei Werkzeuge. Kriege ich eins zurück und eben meine drei Lehm. Aber jetzt produziert diese Mulde, das ist einfach die Rückseite von so einer Försterei, lege ich jetzt auch hier hin. Ich habe noch einen freien Arbeiter, den kann ich da gleich draufstellen. Und ja, der produziert jetzt immer ein Lehm. Das heißt, allmählich wäre so eine Manufaktur doch ganz interessant, weil wenn ich dann auch noch einen Bauern drauf stelle, dann produziere ich immer zwei Lehm, drei Holz, drei Holz, drei, also neun Holz und zwei Lehm und das alles halt nur mit einem weiteren Arbeiter. Dafür müsste ich sonst drei, vier neue Gebäude bauen. Aber das waren auch schon wieder alle Aktionen. Das heißt, jetzt sind wir am Ende des Jahres. Das heißt, jetzt kommen die Plättchen hier ins Spiel. Wäldchen, Wäldchen, Bäcker. Beim Bäcker kann ich halt Arbeit, die ich habe, gut versorgen. Da ich momentan noch keine Versorgungsgebäude habe, baue ich das einfach mal hier angrenzend an so ein Gebäude hier, also an so einen Markt. Jetzt kann ich potenziell auch schon mal ein bisschen vorausplanen, wo möchte ich nächste Runde im Markt. Weil wir in uns natürlich, ein Markt muss immer zwei Felder Abstand haben. Das heißt, welche Gebäude möchte ich wahrscheinlich nutzen. Also hier könnte ich schon mal einen Markt annehmen. Das wäre natürlich ganz cool. Dann könnte ich gleich so eine Manufaktur bauen. So ein Gutshof würde ich vielleicht, also das Gefühl gibt es schon viel zu viele. Ich hätte vielleicht die Sachen, die ich in der nächsten Runde vielleicht noch bauen will, näher zusammenbauen müssen, damit die näher am Markt dran sind. Und ich könnte natürlich den Markt hier hinlegen. Dann könnte ich jetzt schon mal ein Wäldchen da hinlegen. Ja, das mache ich auch einfach mal. Dann kann ich hier nicht hinlegen, weil er muss zwei Felder weg sein. Aber ich könnte ihn ja, da komme ich ja trotzdem hin jederzeit zum Gutshof. An Holz produziere ich aber auch eigentlich genug. Denke ich, hoffe ich. Und zu An Holz komme ich ja über den Markt jederzeit ganz gut ran. Hm, also das ist schon, also dieses Spielplan bauen ist ganz schön tricky. Wie gesagt, mit Erfahrung wird das wahrscheinlich besser, aber da kann man sich auch gleich mal ins eigene Knie schießen. Und dann stellt man irgendwie in Epoche 3 fest, oh, was habe ich da nur gemacht? Und dann denkt man sich, okay, nächstes Mal nochmal. Was natürlich beim 4-5-Stunden-Spiel schon eine Ansage ist. Ja, aber vielleicht möchte ich ja auch an dem Markt irgendwann mal doch schnell einen Holzzugang haben. Das heißt, ich lege das jetzt einfach mal daran. Werde mich nachher wahrscheinlich über den verschenkten Platz ärgern. Und das andere lege ich mal hier an, weil so ein Walk of Resources zu haben ist auch immer nicht schlecht, weil das sind zu Not Felder, über die ich mich irgendwo hinbewegen kann, wo ich einfach nur Aktionen verschenke, was super ärgerlich ist bei diesem Spiel. Aber ich kann auf diese Felder und vielleicht auch irgendwelche Sachen hin, die ich hier hinlege. Wenn ich das irgendwie hier hinlegen würde, müsste ich halt hier diese ganzen Aktionen immer durchführen können. Das kann nicht immer klappen und dann wäre das schon ein bisschen doof. Also mache ich das mal so und hoffe, dass das eine gute Sache ist. Es gibt jetzt keine neuen Teile mehr, die ich aufdecken kann. Das ist auch richtig. Wenn ihr jetzt noch hier Plättchen liegen habt, die ihr aufdecken könnt, dann habt ihr irgendwo mal irgendwas versprungen. Dann seid ihr ja wieder in der falschen Runde oder einmal vergessen, Plättchen anzulegen. Ich würde dann trotzdem weiterspielen und nicht nochmal irgendwie wieder von vorne anfangen, weil das wäre echt doof. Aber das kann durchaus mal passieren. So, wie ihr seht, versorgen muss ich wieder keine. Aber eigentlich würden die Gebäude jetzt hier nichts produzieren. Da ich den Platz ja vor der Phase frei hatte, kann ich jetzt auch einfach die Ressourcen hier in die Lager verschieben. Hier nach runterfällt, stellt man einfach wieder hin. Und ja, ich glaube, dann habe ich alles sonst gemacht. Das heißt, jetzt produziert die Mulde eine Ressource und meine drei Förstereien bringen mir wieder ordentlich Holz. Also Holz ist jetzt eigentlich kein Problem mehr. Jetzt muss ich eher hoffen, dass ich die Schreiner so hingelegt habe, dass ich da gut rankomme. Aber das ist der Fall bei uns. Ein Schreiner liegt direkt neben dem Markt. Außerdem, wie immer, hier an die Schmiede denken. Und ich habe ja die Kolonie der Altruisten auf Stufe 1. Das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich Almosen bekomme. Also die bekomme ich auf jeden Fall. Wir sind am Anfang des Jahres. Zwei Holz oder ein Lehm. Da ich gerade ein Holz ertrinke, nehme ich mir einfach mal ein Lehm und lege das hier unten mal in meinen Lehmspeicher. Und jetzt habe ich hier halt schon zwei Lehm. Jede Menge Holz, ein bisschen Nahrung. Also ich glaube, an Ressourcen mangelt es mir nicht. Das könnte jetzt natürlich auch sein, dass jetzt habe ich das ja so gebaut, dass ich immer über irgendwelche Ressourcenfelder dahin komme. Vielleicht würde ich jetzt auch cool dafür finden, irgendwelche Produktionsgebäude dicht an dicht zu haben. Aber habe ich leider nicht. Das heißt, jetzt sind wir mit allem, denke ich, soweit fertig. Das heißt, jetzt sind wir schon in der letzten Runde des aktuellen Jahres. Im Video dauert das übrigens gerade eine Stunde 13, wobei ich natürlich auch relativ viel erklärt habe. Zwischendurch auch mal ganz kurz etwas anderes gemacht habe. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich solo gespielt hätte, wäre ich, also ohne Erklärung, sondern nur eben für mich selbst gespielt, ohne so viel nebenbei zu quatschen, wäre ich jetzt soweit 30 bis 40 Minuten. Ich denke eher 40 als 30, mit zunehmender Spielerfahrung. Wahrscheinlich auch 30, wenn ihr nur noch euer Programm halbwegs runterspult, abhängig von dem, was da liegt. Aber im ersten Anlauf würde ich da durchaus eine Stunde für einen planen. Aber die Zeit geht dann schon runter. Ich glaube, ich möchte jetzt schon eine Wohnung bauen. Das heißt, das Ding hier hat jetzt nicht produziert, weil der muss dann zu Hause sein, damit ich seinen Hof zu einer Wohnung umbauen kann. Aber ich glaube, ich werde trotzdem nicht an Holzmangel, der würde mir, glaube ich, keinen Stein ins Weg legen. Nicht vergessen, den Markt zu wechseln. Hier noch Nahrung, immerhin. Und beim Bibliothekar würde ich jetzt eine Karte mehr auf der Hand behalten, glaube ich, sogar bei dem Symbol. Das trifft sich ja ganz gut. Dann gehe ich mal hier zum Markt, hole mir da zwei Nahrung. Nee. Vorher gehe ich zum Schreiner und wandle da vier Holz in zwei Bretter um. So, die Nahrung habe ich mir jetzt hier schon geholt. Dann gehe ich zum Markt, da kriege ich jetzt halt die Nahrung. Das wäre die zweite Aktion. Mit der dritten Aktion gehe ich zum Baumeister. Jetzt war ich natürlich wieder zu clever und habe wieder nicht mitgedacht. Aber dann wäre das für ein Ressourcen ja auch nicht hingekommen. Jetzt wollte ich die Aktion Ich habe nur einen Bauern, der allein zu Hause ist. Also kann ich die Aktion jetzt genau einmal durchführen. Sprich, ein Werkzeug weg, ein Brett weg und dann mache ich einfach aus dem hier, weil man da leichter rankommt, eine Wohnung. Das heißt, der Bauer geht dann auch weg und wird zu so einem Bürger. Der muss jetzt noch nicht versorgt werden. Wenn ich den irgendwann mal auf irgendein Gebäude einsetze, dann muss ich sofort eine Nahrung für den haben und am Jahresende auch, sonst produziert der nicht. Und jetzt ist wieder die Frage, was will ich? Möchte ich noch so einen Gutshof bauen, um mehr Arbeiter zu haben, ohne dafür mehr Platz zu opfern? Möchte ich so eine Manufaktur bauen? Da kann ich potenziell einen gelben Arbeiter reinstellen. Dann würde der auch Punkte bringen, sechs Stück, wenn man da abrechnen würde. Aber wir rechnen ja nicht ab. Und jetzt brauche ich den noch gerade nicht. Eine Manufaktur sorgt ja dafür, dass jeder, also jedes Produktionsgebäude, das produziert, produziert eine Einheit mehr, wenn ein farblich entsprechender Arbeiter draufsteht. Das heißt, dafür brauche ich eigentlich noch, damit die triggert, auch noch wieder einen Bauern, den ich nicht habe, den ich aber bekommen würde, wenn ich einen Gutshof hätte. Aber so, ich habe jetzt ja nur noch vier Aktionen. Das heißt, ich kann eins, zwei, drei, vier, stehe ich einen Schritt vor der Manufaktur. Das heißt, das geht sich nicht aus. Ja, da ich ja mehrere Pochen spiele, springe ich jetzt einfach mal hier rüber, bekomme da nochmal zwei Nahrung, die ich überhaupt nicht brauche. Dann gehe ich mit, also dann war das die Aktion, das heißt, jetzt sind wir dann hier im Winter. Dann gehe ich mit der ersten Aktion, die ich da habe, hier zum Entwickler, bekomme da wieder zwei Werkzeuge und kann jetzt das hier aufspielen, um dafür so ein Zielgeld zu bekommen. Also den Hof brauche ich nicht mehr, den Förster rein brauche ich nicht mehr, verehlen würde ich gerade auch nichts. Ich habe noch ein Brett über, ein Amtssalter bringt mir nichts. Also muss ich da jetzt auf jeden Fall weg. Die Frage ist nur, gehe ich zu dem Markt oder zu dem Markt. Vielleicht möchte ich doch noch so einen Gutshof umbauen. Das könnte ich nämlich immerhin. Oder ich baue noch einen Lagerschubben. Das wäre auch nicht schlecht. Schon seht ihr, man hat viel zu viele Möglichkeiten, worüber man nachdenken kann. Von den letzten beiden Aktionen. Das könnte ich auch alles machen. Aber den könnte ich auch nicht besetzen. Und noch einen Hof würde ich nicht bauen. Also baue ich erst mal so einen Gutshof. Also springe ich jetzt hier rüber, bekomme nochmal zwei Nahrung, habe da keinen Platz mehr für, also lasse ich die verfallen. Und dann mit der letzten Aktion dieser Epoche gehe ich zum Baumeister, gebe ich eine Nahrung und drei Holz aus. Ich habe nur zwei Holz, also muss ich erst mal Holz darüber schieben. Da ich da aber keinen Platz mehr habe, schiebe ich jetzt einfach mal zwei Nahrung raus. Die brauche ich eh nicht aktuell. Das ist später wahrscheinlich ärgerlich, weil dann laufe ich der Nahrung wieder hinterher. Aber jetzt gerade wäre das halt so. Das heißt, jetzt würde ich dann halt drei Holz ausgeben und ein Ziegel, den ich irgendwo habe hier. Das Werkzeug habe ich schon ausgegeben. Und jetzt würde ich halt so einen Hof umdrehen und da so einen Gutshof draus machen. Und da würden jetzt einfach zwei, jetzt wird sich Bauern hinkommen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann muss da auch kein Bauer zu Hause sein, weil da kommen jetzt einfach die Brüder nach Hause und können dann irgendwie mitmachen. Und das war dann auch die letzte Aktion. Sprich, jetzt wäre die erste Epoche vorüber. Wie gesagt, wenn ihr das alleine spielt, dann geht das irgendwie teilweise so schnell, wenn ihr ungefähr im Plan habt, dass sich das immer noch nicht wirklich viel anfühlt. Aber wenn man mal guckt, ich habe zwei Lagerschuppen, ich habe ganz viele Höfe, Förstereien, so eine Botschaft, so eine Mulde gebaut, so eine Bibliothek. Das ist auch schon nicht wenig, aber vom Grundprinzip her ist das jetzt auch noch nicht so krass, weil die Höfe bringen mir nur mehr Arbeiter, hier kriege ich mehr Ressourcen. Das fühlt sich noch nicht episch an. Das kommt dann vielleicht so später in den nächsten Folgen, das gucken wir uns immer an, je nachdem, wie weit wir heute kommen, weil es wird auch irgendwie immer später. Aber das ist jetzt schon mal eine ganz solide Ausgangsbasis für die nächste Epoche. Wie gesagt, vielleicht hätte ich lieber eine Försterei weniger bauen sollen und dafür hier so eine Jagdhütte mehr, wo ich immer Nahrung bekomme oder vielleicht hätte ich auch noch da oben so eine Botschaft bauen sollen, weil hier kann ich irgendwie immer Ressourcen, wenn ich sie bekomme, mir gleich durchtauschen oder hier kann ich Aktionen, hier Waren 1 zu 1 tauschen auf dem Markt als zusätzliche Aktionen. Das kann ich mir auch gleich alles noch holen, aber dann kann ich wieder andere Sachen weniger machen, also die Möglichkeiten. Am Anfang denkt man, das sind richtig viele. Irgendwann denkt man, fühlt sich doch schon so ein bisschen geskriptet an und dann stellt man fest, nee, eigentlich ist das viel zu viel, weil man viel mehr machen möchte, als man kann. So und angenommen, ihr habt jetzt mit eurem Freund nur diese Epoche gespielt und habt gesagt, hey, zum Kennenlernen spielen wir nur Epoche 1, guck mal, wie gut wir danach dastehen. Dann würde man jetzt eine Wertung machen und zwar würde man zum einen sein Geld zählen, da hätte ich 2 Punkte, dann würde man halt für die Gebäudepunkte bekommen, das heißt immer das, was hier oben drauf steht, zum Beispiel hier ist eine Bibliothek, das 4 Punkte wert, da ist auch egal, ob die besetzt sind oder nicht, also würde ich hier einfach, ne, 2, dann hätte ich 6, 8, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27 und auch die hier bringen noch Punkte, 29, 31 Punkte und dann bringen die Arbeiter auch nochmal Punkte, aber leider nur die, die auch wirklich eingesetzt sind, was heißt, ich glaube 31 oder so, das heißt, jeder Bauer bringt nochmal 2, also 33, 35, 37, 39, 41, die würden 6 Punkte bringen, aber nur, wenn sie eingesetzt sind. Das heißt, ich hätte jetzt 41 Punkte, heute Nacht habe ich ja mit Marcel gespielt und da, wie man sieht, 42 zu 40, also das ist, sag ich mal so, für Anfänger eine solide Punktezahl, wenn ihr dabei rauskommt, dann wisst ihr, ihr seid mindestens so gut, wie ich es bin, was nicht wirklich schwer ist, aber wenn ihr da deutlich drunter seid, wenn ihr bei 20 Punkten endet, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. So, und wenn ihr das jetzt ganz geguckt habt, habt ihr schon mal einen Eindruck davon bekommen, wie funktioniert das? Also ihr habt gesehen, der Spielverlauf ist eigentlich sehr einfach, einfach einen Schritt gehen, oder zu den Marktspringen, die Aktionen dadurch, ich bin fertig. Auch das mit der Lagerhaltung, da muss man ein bisschen reinkommen, dass man auch nicht zu den Speichern direkt benutzen kann für Aktionen, das hat man dann aber auch irgendwie schnell raus. So Sachen wie halt, dass irgendwie in so einem Gebäude, wenn man da ein Upgrade machen will, einer drinstehen muss, das ist was, was man am Anfang gerne mal vergisst. Aber ansonsten ist das von den Regeln her schon wirklich überschaubar. Die Komplexität erwächst eben aus dem, was man da so macht. Und das sah jetzt ja auch noch an und für sich überschaubar aus. Also ich habe auch, denke ich, halbwegs gut gebaut und da ging das immer ja von der Aktion her. Ich habe auch schon Partien gehabt, wo das irgendwie komplett anders aussah und ich irgendwie viele Dinge nicht machen konnte. Das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Epoche auch noch kommen. Und die Komplexität wächst von Epoche zu Epoche, weil einfach eure Möglichkeiten mehr werden. Immer mehr Gebäude ins Spiel kommen, immer mehr Aktionen, die immer noch irgendwas machen wollen, dann braucht ihr vielleicht auch noch mal irgendwie, denkt ihr euch an eine Jagdhütte und eigentlich will ich schon irgendwie hier Gebäude aus Level 3 und 4 haben und möchte hier noch meine Provinzen upgraden und möchte irgendwie noch Karten ausspielen und möchte, oh, und dann fängt einem irgendwann der Kopf an zu rauchen. Bei mir war das bisher immer in Epoche 3 so, dass ich das mit Ach und Kraft irgendwann auch nur runtergespielt habe und das gar nicht mehr durchoptimiert habe und mir Epoche 4 bis sie immer geschenkt habe. Also die habe ich noch nicht gespielt, da kann ich noch kein abschließendes Urteil zu bilden. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es im Rahmen dieser Rezension auch nicht passieren wird. Aber wenn ihr sehen wollt, wie geht es in Epoche 2 weiter, die werde ich nämlich jetzt auf jeden Fall noch spielen. Ich denke, ich werde auch mal ein bisschen weniger erklären müssen, hoffentlich. Dann guckt euch einfach das nächste Video an, Kolonisten, Epoche 2. Und wenn ihr jetzt auch schon denkt, okay, das reicht für einen Eindruck, dann guckt das Fazit-Video. Aber ich würde euch raten, schaut auf jeden Fall noch mal in Epoche 2 rein. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da reinguckt. Sage dann bis bald und tschüss. Bis bald. Tschüss. Ich würde mich freuen, Untertitelung des ZDF für funk, 2017